Ich darf Ihnen das Urinalbaukastensystem von Geberit präsentieren. Kernelemente dieses Systems sind die beiden Urinalkeramiken Preda und Selva, die sich im Wesentlichen von den Abmessungen und Design unterscheiden. Wie der Name Baukastensystem bereits andeutet, ist eine große Stärke dieses Systems die Flexibilität. Dieses System bietet die Möglichkeit, in diversen Anwendungsbereichen eingesetzt zu werden. Dies gilt zum einen für die komplett wasserlose Nutzung. Es gibt auch die Möglichkeit, dies mit konventionellen Unterputz-Urinalsteuerungen zu kombinieren. Und sie ist in einer Variante erhältlich, bei der die Steuereinheit unterhalb der Keramik integriert ist. Die Flexibilität erstreckt sich darüber hinaus auf die Art der Nutzung. Das heißt, es ist möglich, sämtliche Wartungsarbeiten durchzuführen, ohne die Keramik demontieren zu müssen. Dies gilt sowohl für den Austausch des Sprühkopfes, für den Austausch des Siphons, als auch für die Demontage der Elektronikeinheit. Eine weitere Stärke ist es darüber hinaus, dass diese Einheit mit geringen Wassermengen betrieben werden kann. Dies ermöglicht die optimale Abstimmung zwischen Sprühkopf und der Innengeometrie der Keramik. In Kombination mit einem speziellen Siphonsystem ist es möglich, von Wassermengen von 0 bis 0,5 Liter zu arbeiten. Darüber hinaus bestätigt ein konventioneller Absaugesiphon die Option, mit Spülmengen von 0,5 bis zu 4 Liter nutzen zu können. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020